Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Im heutigen Vorurlaub wird das Ganze ein bisschen anders ablaufen, denn ich habe heute nach drei Wochen wieder arbeiten begonnen. Das heißt, ich hatte noch nicht so eine richtige Routine, wie ich das heute abwickele. Morgen werde ich das besser machen. Was ich heute in die Arbeit mitgenommen habe zum Essen, zeige ich euch jetzt kurz. Und zwar war das ein Tomatenbrot mit Avocado und Salat. Ist eine richtig coole Sache. Avocados ist sowieso mein Ding. Und heute Abend habe ich dann natürlich ordentlich was gekocht, weil nur das Brot ist natürlich zu wenig. Und zwar gab es Knoblauchbrot mit Zucchini, Melazzani und Kürbis angebraten und dazu ein Salat. War mega nice. Und ich muss sagen, bis jetzt läuft das mit diesen Veganen relativ gut. Und ich möchte mich auch bedanken für den Support, den ich von vielen Stellen bekomme und auch für die neuen Abonnenten. Und ich persönlich finde das Projekt cool. Ich finde es auch cool, dass es so gut ankommt bei den Leuten. Und ja, jetzt habe ich mir gedacht, gehe ich noch auf ein paar Kommentare ein. Und zwar möchte ich als erstes auf den Kommentar von WOTSBS aufgeben. Was für ein Aschmauern. Vegan ist schon gut, aber vielleicht solltest du dich mal auch über gesundes veganes Essen informieren. Ja, mein lieber Freund, ich habe mich über veganes Essen informiert. Weil ich jetzt ein paar Mal Ersatzprodukte getestet habe, heißt das nicht, dass ich mich nicht damit befasse. Das Ding ist einfach, ich habe ein Kind, ich arbeite, ich mache die Videos hier. Irgendwann ist die Zeit weg. Und da ist es halt einfach dann ziemlich simpel und einfach mal zwischendrin, wenn wenig Zeit ist, eine Polonaise aus so einer Fertigfaschierten zu machen oder so einem Bullet Chunk. Und von daher denke ich, hat das durchaus eine Berechtigung, dass man ab und zu sowas essen kann. Zum Beispiel gestern habe ich ja auch das Brot komplett selbst gemacht. Ich habe das Mehl und alles vermengt, habe es komplett selbst gebacken. Also ich setze mich schon damit auseinander. Und falls jetzt irgendwer sagt, es gibt im Veganismus die Art, sich auf Eiweiß basierend zu ernähren und die Art, sich auf Kohlenhydrat basierend zu ernähren. Und ich persönlich möchte halt einfach ein gutes Mittelmaß finden, wo ich genügend Kohlenhydrate zu mir nehme und genügend Eiweiße. Und von daher denke ich, dass ich da wirklich auf einem guten Weg bin. Ich denke auch, dass ich diese ganze vegane Sache länger durchführen werde. Denn es macht mir wirklich Spaß und es ist wirklich Hammer. Der nächste Punkt kommt von Angelina ASMR. Die Angelina hat geschrieben, dass Hefe vegan ist. Und hat mir dann etliche Tipps von Gruppen gegeben, die werde ich natürlich befolgen und da mal reinschauen. Aber mich wundert es wirklich, dass Hefe vegan ist. Weil soweit ich weiß, ist halt Hefe wirklich der Kot von Bakterien im Grunde. Also die fressen den Zucker und scheiden den Alkohol im Grunde aus. Aber wenn es vegan ist, dann ist das voll okay. Das freut mich. Oliver The Strange hat kommentiert, dass er vollkommen das versteht mit dem Soja-Nachgeschmack und hat mal ein paar Tipps dazu gegeben. Finde ich richtig cool. Danke dafür. Möchte ich mich bedanken. Außerdem habe ich in der Facebook-Gruppe von Veganern einen coolen Tipp herausgefunden, und zwar Codecheck. Den habe ich auch heute beim Einkaufen wirklich verwendet. Und ich muss sagen, das ist Wahnsinn. Du gibst einen vegan und es läuft, weil du erkennst genau, was jetzt wirklich du essen kannst und was nicht. Und da sind wirklich Produkte dabei, wo ich wirklich dachte, dass sie vegan sind. Zum Beispiel jetzt die Gemüsesuppe habe ich gescannt, die ist nicht vegan, weil da tierische Abfallprodukte dabei sind. Wusste ich auch nicht, aber man schreibt Gemüsesuppe drauf. Ist irgendwie unlogisch, aber muss man glaube ich auch nicht verstehen. Und ja, das waren so die Kommentare, auf die ich eingehen wollte. Morgen wird der V-Log wieder wie gewohnt sein. Falls ihr irgendwelche Themen zum Thema Veganismus habt, schreibt mir das in die Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben hier. Hiermit bin ich raus. Ciao.